So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Mittwoch, der 29. November 2023 und wir wollen uns natürlich einen Weg auf die Märkte gönnen. Wir wollen nochmal eine Nachbetrachtung liefern, beziehungsweise vielleicht auch eine Vorbetrachtung zu Coinbase. Der Short-Gedanke von gestern, der ist nicht aufgegangen in Anführungsstrichen, der wurde erst gar nicht getriggert tatsächlich. Was zum Beispiel offenbart, wie wichtig es ist, konkrete auch Regeln zu haben, mit denen man eben entsprechend solch einen Short aufbaut. Ich hatte gestern kurzzeitig die Aktie auf dem Schirm, aber sagte, naja, das was noch fehlt ist erstmal die Kapitulation. Und was vor allem fehlt ist auch, dass wir unter diese 118, beziehungsweise in dem Fall sind wir wirklich nach oben gerutscht, 119 US-Dollar-Marke rutschen. Dass die Marktteilnehmer, die am Montag gechased haben potenziell, dass die unter Wasser eben liegen. Ja, jetzt ist dann nochmal steil gegangen auf der Oberseite. Also mittlerweile ist ein Inbegriff für einen parabolischen Kursverlauf eben sicherlich gegeben. Und was ich spannend finde, ist, dass wir einerseits zwar mega überdehnt anmuten und ein Pull-In sehr wahrscheinlich scheint, was auf der Kehrseite allerdings auch gegeben ist, dass wir andere Krypto-Breakouts vielleicht noch bevorstehen haben. Also Riot Blockchain zum Beispiel, gestern den Break dann über die 12-Dollar-Marke auf den Weg gebracht. Das haben wir schon zum Thema gemacht mit den XDB-Kunden zu Beginn der Woche. Vielleicht steht auch Ethereum vor einem Break höher, über 2100, 130, 150 US-Dollar ungefähr und neun Jahreshochs. Und das könnte durchaus nochmal so leicht katalysierend wirken für Coinbase. Und wir werfen natürlich auch noch parallel darüber hinausgehen einen Blick auf beispielsweise Gold mit Ausblick auf die BIP-Zahlen und nach dem gestrigen Kursverlauf. Bevor wir allerdings jetzt zu viel schon abkaspern in der Vorbörse hier in Anführungsstrichen vor dem Risikohinweis, bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis und dann auch die Charts in der X-Station. Also Divisions-FDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jeden Handel geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen. Von einem unabhängigen Finanzberater lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste dann risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikobeweis, findet ihr auf xtb.com.de. Darüber hinausgehend bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Das handelt sich um ein rein edukatives, informatives Event. Ihr habt die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, die ich gerne beantworte, schriftlich als dann auch im nächsten Event. Aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails von xtb, Berliner Büro, deutschsprachiger Kundensupport, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Nutzt gerne die Möglichkeit, dort mit euren Fragen entsprechend vorstellig zu werden. Hier einmal xtb als Broker vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023 ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe dazu geführt haben, findet ihr einmal links hier aufgelistet. Ein Grund mit Sicherheit die xStation und auf die wollen wir jetzt einen Blick werfen. Und da sind wir eben bei Coinbase. Ich habe in diesem Zusammenhang auch gestern bei x zum Beispiel über meinen Feed dort, at jensglattfx, wenn mir da folgen möchte, einen Gameplan auch ausgehend von meinen Ausführungen hier morgens nochmal zur Verfügung gestellt. Der aber, wie gesagt, nicht getriggert worden ist. Mein Trade gestern war in PDD tatsächlich, also in Pinduoduo. Die haben gestern vorbörslich noch Earnings geliefert und haben sich meiner Einschätzung nach für ein sehr, sehr schönes Momentum-Play qualifiziert. Und das ist auch ziemlich cool aufgegangen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, Coinbase eben nicht, weil dort eben diese Kriterien nicht erfüllt waren für einen Trade. Stattdessen sind wir nochmal steil gegangen auf der Oberseite. Das ändert allerdings nichts an der grundsätzlichen Überlegung, dass wir weiter natürlich nach meinen Kriterien stark überdehnt sind und vorsichtig sein sollten im Hinblick auf Long-Engagements beziehungsweise nicht auszuschließen ist, dass früher oder später mal ein scharfer Pull-In folgt. Und ausgehend hier von Coinbase definitiv weiter ein möglicher Short-Kandidat bleibt, vorausgesetzt natürlich, dass die entsprechenden Kriterien erfüllt sind. Gestern war das Kriterium, was wir sagten hier, wir wollen einen Drop unter 118 zu sehen bekommen, eventuell dann mit Ziel 110, das ist im Daily Chart. Wir sind jetzt ein bisschen nach oben gewandert. Ich habe mir noch nicht den durchschnittlich gehandelten Preis des gestrigen Tages oder der gestrigen zwei Tage angeschaut. Vielleicht sollten wir einen 3-Day-Rework oder sowas heranziehen, einfach um uns das mal anzuschauen. Eventuell auch einen volumengewichteten Durchschnittspreis ankern. Auf Freitag, letzte Woche war es. Da haben wir auch schon entsprechend hier eine entsprechende Beschleunigung gesehen, auch wenn das ein verkürzter Handel war. Auf 5-Minuten-Basis ist es so, dass wir auf jeden Fall weiter oben sehr, sehr stark in das Squeeze gegangen sind. Was jetzt technisch schon mal so ein erstes kleines Level wäre, was ich beobachten würde, das wäre hier dieser kleine Support, der sich gestern in der zweiten Tageshälfte herauskristallisiert hatte. Das ist ungefähr so die Region um 125, 126 Pi mal Daumen. Drop drunter, halten drunter, halten unter WeWop. Könnte ein Indiz sein. Aber nochmal, was du möglichst sehen möchtest, ist, du möchtest aus vielen Zeitebenen viele Markteilnehmer sehen, die unter Wasser gedrückt werden, die auf der falschen Seite erwischt werden und die dann in Panik geraten und ihre Position dampen. Und das ist eben etwas, was dann voraussetzt, dass wir sagen, seit Wochenbeginn beispielsweise, schauen wir uns den auf den Wochenbeginn geankerten Volumen gewichteten Durchschnittspreis an, das Volumen, was reingekommen ist an dieser Stelle und fallen wir dann auch da drunter und halten da drunter. Dann haben wir eine Gegebenheit, die durchaus interessant ist. Wie gesagt, das war gestern nicht der Fall, deswegen war gestern Short noch kein Thema, aber die Aktie habe ich trotzdem weiter auf dem Schirm. Wenn auch, wie gesagt, noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn ich mir eben beispielsweise Bitcoin anschaue, Bitcoin handelt jetzt wieder um und sogar leicht über 38.000 Dollar, da wird heute hier oben über den Nachrichten-Tab, werdet ihr auch sehen, dann über die Webseite von xdb.com.de, da wird die auch einlaufen über den Marktanalyse-Tab, da wird eine Bitcoin-Betrachtung reinkommen, die weitere Squeeze-Potenzial thematisiert. Also 38.000, darüber Momentum-Push Richtung 40.000, eventuell 45.000, sollte nicht ausgeschlossen werden. In dem Windschatten könnte dann auch beispielsweise Ethereum, die zweitgrößte in Anführungsstrichen Kryptowährung, ausgehend von der Marktkapitalisierung, von einem Break hier auf neue Jahres hochstehen, das ist diese rotfarbene Linie, einen Push zu sehen bekommen, der uns hier in Richtung dieser blau gestrichelten Region führt, also bis 2.500, 2.600 Dollar eventuell, was eine ziemlich heftige Bewegung ist, wenn man sich vor Augen führt, da reden wir von 400, 500 Dollar, das sind Aufschläge von größtenordnungstechnisch 20 Prozent, Pi mal Daumen. In solch einem Umfeld gehst du nicht davon aus, dass ein positiv zum Kryptomarkt korrelierte Aktie oder Unternehmen wie Coinbase in irgendeiner Form sich short positioniert. Präsentiert sie sich doch short, dann würde es sicherlich interessant, aber summa summarum, wie gesagt, gilt es hier weiter, vorsichtig zu sein, beziehungsweise gilt es hier weiter, geduldig zu sein, auf klare Signale zu warten und wenn man alle Haken machen kann, dann hat man sicherlich auch eine Gegebenheit ausgehend, von welcher man dann über ein Pull-In sprechen könnte, beziehungsweise wo man dann eine Korrekturbewegung vielleicht, Chance-Risiko-Verhältnis technisch in diesem etwas eskalierenden Umfeld auf der Oberseite in Betracht zieht. Auch sicherlich sehr interessant ist Gold. Ich bin gestern wirklich überrascht worden, also nicht, dass ich es nicht zum Thema gemacht hatte, die XDB-Kunden, die hatten hier im Guten Morgen Börse, hatten wir, ich habe die jetzt schon zweckentfremdete Linien, hatte ich hier diese 2018er-Region zum Thema gemacht und sagte, eventuell stehen wir kurz davor, das sieht gut aus, ehrlich gesagt, also gut aus im Sinne von, wir haben einen starken Opening-Drive in die Woche zu sehen bekommen, wir halten über 2010 und wir haben dann auch nicht nur am Montag solide gehalten, nach diesem überraschenden kurzen Flasch nochmal rein in dieses Level, sondern wir haben auch relativ stark geschlossen und wir sind nicht wirklich reingekommen. Und gestern dann, als ich mit meinem PDD-Trade durch war, habe ich nochmal den überwarnenden Markt durchgescrollt und war dann überrascht zu sehen, dass Gold für den Tag schon um 2030 Dollar notierte und mittlerweile auch weitere Aufschläge zu sehen bekommen hat. Ich hatte gestern gesagt gehabt, Break hier über diesen Bereich 2018, vielleicht auf dem Weg in Richtung Allzeithochs, könnte das die Initialzündung sein, Zwischenziel um 2050. Im Nachgang war ich so ein bisschen skeptisch und dachte mir, 2050 scheint schon ein bisschen optimistisch zu sein, weil wir haben ja kaum News, also heute dann schon und morgen heute mit den BIP-Zahlen, die um 14.30 Uhr veröffentlicht werden, als dann auch morgen mit dem PCE am Core-Deflator, der als Inflationsmessinstrument das bevorzugte Instrument seitens der US-Notenbank FEP tatsächlich ist. Aber nichtsdestotrotz, ohne Trigger, also ohne fundamentalen Katalysator, schien mir das so ein bisschen optimistisch. Jetzt bin ich ein zweites Mal erstaunt, nicht nur, dass gestern der Break erfolgte, sondern dass wir über Nacht auch in diese Gefilde schon vorgestoßen sind. Und jetzt wird es ein bisschen interessant, und das, also Problem in Anführungsstrichen, wir sehen jetzt eine Range, die sich ausbildet, aktuell zwischen rund 2040 nach unten und 2050 US-Dollar pro Fein und so auf der Oberseite. Die BIP-Zahlen als solche, die sehe ich jetzt nicht als sonderlich spektakulär an, ehrlich gesagt. Ich glaube, als Impulsgeber und auch besonders als Initiator für eine höhere Volatilität im Zinsmarkt, wo wir eine hohe Zinssensibilität seitens Gold haben und infolgedessen Impulse erwarten würden, würde ich sagen, sind die eher ungeeignet. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir die aktuelle Price Action anschaue, diese kurze Extension auf der Oberseite, dieser jetzt reinkommende Modus, den wir jetzt hier zu sehen bekommen, dann könnte ein Szenario wie folgt ausschauen, nämlich, dass wir bis, dann in dem Fall 14.30 Uhr, zwischen 2040 und 2050 hier pendeln und dass wir dann über die BIP-Zahlen sehen werden, ob wir in der Lage sind, diese 2040 zu halten oder nicht. Wenn wir in der Lage sind, sie zu halten, vielleicht kurz unterschreiten an dieser Stelle, aber dann sofort Käufer reinkommen an diesem Punkt und wir zurück in die Range laufen, vielleicht zurücklaufen in Richtung der 2050. Ist nicht zwangsläufig gesagt, dass wir sofort einen Break drüber sehen, aber ich würde das als Stärke interpretieren und würde dann eine enge Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs um 2050 in den kommenden Tagen als Vorbereitung erachten, eines Breaks, der sich dann höher anschließen könnte in den Wochenschluss. Morgen getragen, entweder durch den PCE oder aber am Freitag durch die ISM Manufacturing-Zahlen und dass wir dann hier ausgehend in den Wochenschluss eventuell hinein bereits eine Attacke auf die übergeordneten Allzeithochs sehen, wo sich dann übrigens ein nächstes potenzielles Setup ergeben könnte. Für Swing Trader, denke ich, war das jetzt interessant, die 2010 rausgenommen zu sehen. Momentum Trader, die werden im Hinblick auf die Allzeithochs hier ein potenzielles Action-Level sehen, wo wir dann in einem Schub vielleicht einige Tage einen starken Push sehen, der uns deutlich über 2100 US-Dollar führt, aber soweit sind wir noch nicht. Dafür müssen wir erstmal die Attacke auf die Allzeithochs zu sehen bekommen. Und wie gesagt, eigentlich würde ich sagen, die BIP-Zahlen, die sind jetzt nicht so herausragend. Schauen wir aber mal, wie die heute veröffentlicht werden, ob in Folge derer es zu einem Break unter die 240 kommt oder aber die 40 gehalten werden kann. Push zurück, knappes Halten unterhalb, enge Konsolidierung unter 2050, bereitet eventuell dann die Attacke auf die Allzeithochs vor. Ja, und dann wird Gold in den kommenden Tagen sicherlich sehr, sehr spannend und interessant. Das meinerseits. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder hier an dieser Stelle zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB. Ich freue mich, habt euch wohl. Bis dann und tschüss. Bis dann.